Yo, meine lieben Zuschauer, da mit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein Themenvideo, das heißt kein krasser Schnitt, wie ihr das von mir gewohnt seid. Bock auf Schnitt hat und kein Bock auf ein bisschen labern, der schaltet denn jetzt ab, denn krassen Schnitt wird es hier nicht geben. Denn Leute, es geht um ein Thema, bei dem ich mich auf YouTube, ehrlich gesagt in letzter Zeit oder insgesamt in Minecraft, zurückgehalten habe fürs erste so Leute. Denn es geht einfach darum, dass Ender Games seinem Ende entgegentritt und es viele YouTuber, vor allem kleinere YouTuber, versuchen zu verhindern. Oder besser gesagt, deutsche Minecraft-Community löst sich mehr und mehr auf, Leute. Und ich habe natürlich auch mir gedacht, was ist denn das, Leute? Das kann doch nicht sein, dass Minecraft komplett irgendwie in dem Abgrund entgegentritt. Aber das ist anscheinend nur in Deutschland so. In anderen Ländern leuchtet Minecraft eigentlich noch einigermaßen und das finde ich halt irgendwie, ich weiß nicht, extrem krass. Aber kommen wir wieder zum Thema zurück. Ender Games ist einfach eines der geilsten Spielmodi überhaupt. Also ehrlich gesagt, ich kenne keinen geileren Spielmodi. Also damit, ich weiß nicht, wer sich das im GOMBIT-Team ausgedacht hat, diesen Spielmodus. Denn damit haben sie echt ein volles Ass getroffen. Das ist einfach extrem nice gewesen, diesen Modus rauszubringen. Der Modus ist einfach so, 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 so geil. Und hat mir schon so viele nice Erinnerungen beschwert. Das ist einfach so, 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 so nice. Das Problem ist leider nur, dass hier einfach keiner mehr spielt. Und ich weiß nicht warum, Leute. Es spielt einfach keiner mehr Ender Games. Natürlich wird jetzt die von kleineren YouTubern wie mir oder von Mole oder von Dark Shadow versuchen wir natürlich wieder Ender Games. Und insgesamt die Minecraft-Szene in Deutschland wieder ein bisschen zurückzubringen. Es bringt nichts, wenn nur kleinere YouTuber sich da dran halten. Weil ich meine, Leute, wer von euch guckt jetzt mein Video und denkt sich so, ja, spiele ich direkt wieder ein bisschen Minecraft, weil ich das Video von Remus gesehen habe. Ich meine, das denkt sich doch kein Mensch. Deswegen, Leute, sage ich jetzt hiermit die großen YouTuber, wenn sie wollen, dass Minecraft nicht komplett seinem Abgrund entgegensteigt. Muss etwas geändert werden. Die großen YouTuber müssen auch etwas zu der Situation sagen. Denn es kann nicht sein, dass die kleinen YouTuber hier versuchen, Ender Games zurückzubringen mit aller Macht, damit es nicht wie die anderen Spielmodis wie FFA und Zombies einfach auf Gomme abgeschafft wird. Wenn ich meine, Leute, was ist denn Gomme ohne Ender geht? Schreibt euch das mal vor. Das ist extrem blöd, Leute. Ich werde versuchen, dieses Video heute extrem kurz zu halten, weil ich will echt, dass es wieder so ein Video wird, was mal wieder ein bisschen steil geht, würde ich jetzt ehrlich mal sagen. Das soll es vom Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, zeig es mir mit einer Bewertung. Hier ploppen die anderen Videos auf. Schaut euch die an. Zeig es mir mit einer Bewertung. Egal, haut rein. Macht's gut. Und tschau.